hallo und herzlich willkommen zurück zu kill at the fire so ich habe nicht so viel zeit wie ich jetzt eigentlich hätte aber wir spielen ein bisschen weiter der grund ist ich habe noch ein vorstandsgespräch heute und ich muss ungefähr mich in eineinhalb stunden vorbereiten und weil ich halt irgendwie machen möchte fangen wir mal das an garten des bösen schießen deswegen um mich ein bisschen zu verwirren schön wieder feuer von gibt es einen auftrag hier vollgeklebt jetzt sei musik vorher na gut hier ist nix erst mal der hier nicht dann der weg gesmacht öffne die pforte hallo der steine lege ich eine bessere waffe hallo hier drunter sehen und dass sie erreicht glaube hier doch du willst du hier verstecken nix da und diese flagge löse das rätsel was für ein rätsel achso na gut oh da drüben ist ein kopfzentrum äh da ist ähm tankstelle na gut so schwer war die rätsel auch nicht ah ich hab eine munition ok was ist das hier löse das rätsel kleben imitierte kunst äh ok hatte ich gesehen ach hier ist hier wie ich so bonsai draufpacken war na gut dann wissen wir alle geh kurz zurück und dann haben wir das auch erledigt na gut also das spiel ist an sich es kann lustig sein aber irgendwie fehlt mir die abwechslung für mich persönlich und das nächste und das nächste ist noch nicht verendet ja hier vom garten aber paar schüsse umliegen springen da bist du ja gut töten wir alle wir suchen noch ein solch wobei wir warten noch ein bisschen ich will noch den letzten äh sagen wir mal quasi rätsel noch finden sonst äh kann sein dass ich nur irgendwas töten muss in bestimmte anzahl da ist verlassen da ist noch eine flagge also das ist ja einfach da ist noch nicht wo ist denn das noch muss ich so viel lauf finde ich schon ein bisschen mies wenn ich sagen wird überwerfen wir sind spritten einer ist drüben der zweite ist drüben anscheinend nicht anscheinend so ach so jetzt versteht es jetzt danke du kommst hier rüber du bist der höchste also kommst du wieder zurück und du ok dabei nicht sehr nicht so batterie wieder hier ist ein löwe der krissen gehen wo ist er hier die gruppe zu einer führung da oben ist ja nein Was ist da gerade? Nein. Wo ist er hin? Hä? Du willst mir auf den Keks hier? Ganz einfach. Oh, wo ist der zirnende Ding? Kann er denn nicht despawnen? Ist jetzt aber... Hä? Wo ist das jetzt hin? Er sagt mir jetzt, er verarscht mich doch nicht, dass er jetzt einfach weg ist. Hä, wo kann das jetzt sein? Das ist hier drüben. Okay. Wie auch immer er herkommt. Ah. In der Größenordnung. Ja. Okay. Jetzt gibt es nur noch... Ich löser das Rätsel. Eine hülle versteckten Pfade. Das sieht eine Fahrt aus. Oder auch nicht. Äh, hier. Ich löser das Rätsel. Am besten wir brauchen alles. Das ist eine Fahrt. Das wird nicht sein. Das wird nicht sein. Verstehe ich mir, was du dazu gemeint ist. Okay. Ah Irgendwann hier soll das nur ein Durchgang sein Das siehst du Gut, dann halt das hier vor und dann weg Öffnen die Tür Guck mal, kann man viel besser erkennen Auf einmal braunen Hintergrund Ein Geschenk Riesenmagnet Ninja Schuiken Okay Das verfügbar Das hier Okay Äh, ein bisschen beschuligen Scheiße Was sind die denn? Schön Schön Fick dich Ich geh'n Ich geh'n Ich geh'n Ah, die Schuhe sind scheiße Ich geh'n's ehrlich Ich geh'n's ehrlich Ich geh'n's 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 Also den Benzinkanister also wechseln wir das da Okay. Wann? Stirb doch einfach. Das kann doch nicht wahr sein. Ich steh genau vor dir und die sterben nicht, ja? Oh, bitte. Das kann doch nicht wahr sein. Die Kasse, die Schulken. Ja, verpisst euch einfach mal. Ein weniger, cool. Endlich. Ihr seht das doch. Alter. Wollen wir alle töten, oder? Oh, come on. Wir werden einfach mal hier was drin werfen. Der wird erledigt. Da. 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 Hier noch. Hier. 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 sehr haarig die spinne war nächster haus ab hier noch sechse zwei führen nur hier sein einer mit wart natürlich könnte man auch die ganzen batterien sammeln aber weiß ich nicht ich habe keine lust darauf irgendwie das einzusammeln unnötig weil es war schön und gut am ende aber ich will 400 prozent machen hier also ist mir egal ja ich bin bereit zu gehen null spiders die garten des bösen ausrüstung zwei ziele sechs batterien alles klar weiter geht's ein riesen magnet nützlich um geworfene schuliken zuvor zurück zu bekommen vom mobiltipp und fernhalten cool das ist natürlich praktisch weiter geht's